Ja hallo und herzlich willkommen zurück zu Timishwara 2023 und heute gibt es wieder eine kleine Köstlichkeit der Straßenbahnlinienmitfahrt hier in Timishwara und zwar die Mitfahrt auf der Linie 8, diesmal nicht von der Gara de Nord nach Ciarda Roshi, sondern genau in die andere Richtung, also von Ciarda Roshi zur Gara de Nord, dem Nordbahnhof in Timishwara und der Straßenbahnfahrer, sagen wir es mal so, war nicht ganz so kooperativ am Anfang wie der des ersten Videos auf dieser alten Bremer Straßenbahn, aber ich konnte mich mit ihm dann doch noch einigen, hier eine Mitfahrt auf dem Führerstand zu machen, also vollen Blick nach vorn und ich will es gar nicht hier zerreden, sondern wünsche euch viel Spaß ohne Musik, sondern mit Originalgeräuschen und wenn es euch gefällt, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt auch immer, dass der Kanal existiert. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen, danke für eure Zeit und demnächst wieder ein neues Video hier auf dem Kanal. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Hier ist es eine große Herausforderung. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020